Wir gratulieren Herrn Michel Stenger zum BAMBI 2014. Diese Auszeichnung freut uns umso mehr, weil wir vor einigen Tagen eine Veranstaltung hatten, eine Kundenveranstaltung und den Erlös dieser Veranstaltung der ISU-Schule, also einer Tochtergesellschaft, sage ich mal, der Schlau-Schule zugutekommen haben lassen. Und insofern sind wir natürlich sehr froh darüber, dass auch unsere Spende ein Projekt unterstützt, das ein BAMBI gewonnen hat. Und insofern nochmal herzlichen Glückwunsch. Sie haben ihn wirklich verdient, Herr Schwerger. Die ISU-Schule ist spezialisiert für Jugendliche, die erst alphabetisiert werden müssen, die in ihrer Heimat wenig Möglichkeiten hatten, eine Schule zu besuchen und dann kommen sie zur ISU-Schule und werden vorbereitet auf weiterführende Schulen, wo sie dann einen Abschluss machen können. Fromics und BAMBI Die ISU-Schule